Liebe Zuschauer, Sie erinnern sich sicherlich an das bewegende Interview mit einer Frau, mit Frau Pillig, Marianne Pillig, die schwer krebskrank ist und sie liegt in einem Stift in Bielefeld. Wir hatten vereinbart, heute ein Interview zu führen, aber Frau Pillig geht es aus zweierlei Gründen sehr schlecht. Sie ist bettlägerig und ist nicht in der Lage, lange Gespräche zu führen und zum anderen geht es ihr sehr schlecht, weil ihr verwehrt wird, dass ihre Tochter sie noch besuchen darf. Wir hatten daraufhin eine sehr höfliche Presseanfrage gestellt an die Verantwortlichen, an den verhandelnden Arzt des Johannisstifts in Bielefeld. Eine Antwort ist uns nicht zuteil geworden und wir bezeichnen das als arrogant und wenn es einem Menschen so schlecht geht und sie möchte ihre Tochter sehen, noch mal sehen, weil ich weiß nicht, wie lange ihr Lebensweg noch geht, dann ist es eines Krankenhauses und eines behandelnden Arztes sicherlich nicht würdig, dass man sagt, ihr wird es verwehrt. Wir haben deshalb versucht und wir wurden auch gebeten, mit der Tochter Kontakt aufzunehmen. Das tun wir jetzt in Form eines Telefonats. Wir versuchen, die Tochter von Frau Pillig zu erreichen, um den neuesten Sachstand zu erfahren. Frau Punz, hallo. Frau Punz, hallo. Ich grüße Sie, Peter Weber von Hallo Meinung. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass wir das Telefonat führen können. Frau Punz, wir sind auf Sendung. Ich habe anmoderiert, Ihrer Frau Mutter geht es sehr schlecht und sie ist nicht in der Lage, ein Interview zu geben. Den neuesten Sachstand. Unsere Zuschauer sind daran interessiert, Ihnen wird nach wie vor ein Besuch bei Ihrer schwerkranken Mutter verwahrt, verwehrt. Genau, so schaut das aus. Also meine Mutter hatte mich heute Morgen auch ganz kurz angerufen, dass sie nicht dazu in der Lage ist, das Gespräch zu führen, weil es ihr sehr, sehr schlecht geht durch die Chemotherapie, die sie jetzt wieder hatte. Und deswegen hatte sie mich gebeten, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Ja, das ist sehr schön. Frau Punz, wir halten noch mal fest, wir hatten ja das Interview mit Ihrer Frau Mutter geführt und sie hatte ja auch gefragt, als sie noch bewegungsfähig war im Rollstuhl, sie würde sie gerne vor dem Haus treffen, aber auch das wurde nicht genehmigt. Und wie gehen Sie bitte damit um? Ich meine, Ihrer Mutter geht es ja wirklich schlecht. Wir reden ja hier nicht von einem von einem krepalen Infekt, sondern wir reden hier von einer schweren Krebserkrankung methasierend im Rückenmark. Und Sie betrachten das nicht als Mangel des Einfühlungsvermögens, aber Ihrer Mutter geht es wirklich schlecht und Sie wissen auch nicht, wie lange Sie sie wirklich noch sehen können. Ja, also meiner Mutter geht es sehr, sehr schlecht. Der Arzt war auch bei ihr, jetzt muss ich gerade überlegen, das war am Anfang der Woche und er sagte ihr ja auch, dass sie nur noch Wochen hat zu leben. Und wenn der Arzt so eine Aussage trifft, dass meine Mutter nur noch Wochen zu leben hat und sie sich entscheiden kann, machen Sie die Chemo, um etwas mehr Zeit zu haben, oder gehen Sie jetzt in ein Hospiz und finden sich damit ab zu sterben, dann kann ich das schon mal gar nicht verstehen, dass ich dort nicht zu Besuch gehen kann. Und sie kann sich nicht wehren, ihr geht es so schlecht, sie kann sich jetzt nicht mal mehr im Bett aufsetzen und sie ist dort komplett ausgeliefert. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt mit ihr und dass mir dann der Besuch verwehrt wird, das finde ich absolut unmenschlich. Ich kann es nur teilen und Frau Brunz, wir hatten ja auch, wie gesagt, um Stellungnahme gebeten, denn es gehört sich zu einer guten journalistischen Recherche, dass man auch das Krankenhaus zu Wort kommen lässt. Aber es wird dort nicht für nötig gehalten, selbst eine Absage zum Interview zu geben. Und wir werden jetzt noch mal versuchen, telefonischen Kontakt aufzunehmen zum Krankenhaus, zu den behandelten Ärzten. Denn wir sind der Überzeugung, das hat die Öffentlichkeit zu interessieren, wie man mit Menschen in den letzten Tagen und Wochen ihres Lebens umgeht. Das ist einfach eine Situation, die ist eines Krankenhauses oder eines Arztes, eines behandelten Arztes nicht würdig. Frau Brunz, wie geht es nun weiter? Können Sie da unsere Zuschauer aufklären? Ja, also ich hatte gestern vom Sozialen Dienst von einer Dame aus dem Krankenhaus einen Angriff bekommen, dass meine Mutter sich jetzt entscheiden sollte, ob sie ins Hospiz oder in die Kurzzeitpflege gehen soll. Meine Mutter hatte sich dann wohl für die Kurzzeitpflege entschieden, aber ich konnte ja auch nicht mit ihr reden, weil es ihr nicht gut geht. Und am Telefon ist es dann immer sehr schwierig. Dann ist sie zwischendurch am Einschlafen und ist halt nicht möglich. Und wenn man halt nicht hin kann und gerade solche wichtigen Sachen auch zu klären sind, wie es jetzt dann weitergeht. Wie gesagt, Unverständnis. Und ich habe dann jetzt heute einen Termin in einer Kurzzeitpflege, um mir das mal anzuschauen, weil sie Freitag entlassen werden soll. Das sehe ich so aber noch nicht in ihrem momentanen Zustand. Und dann soll sie wohl Freitag in die Kurzzeitpflege geben. Aber wie gesagt, das sehe ich noch nicht. Aber wie gesagt, meine Mutter bekommt keinen Arzt zu Gesicht, den sie dann mal fragen kann. Ich bekomme niemanden zu Gesicht, weil ich darf ja nicht hin. Ich kann immer nur darauf hoffen, dass meine Mutter gerade mal ans Telefonen kann oder mit mir mal telefonieren kann, dass ich den neuesten Stand der Dinge erfahre oder mal auf der Station anrufe und eine Schwester mir sagen kann, wie es ihr geht. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen, wenn ich mal zu Besuch hingehen könnte. Ich meine, ich halte mich ja auch an alle Hygienemaßnahmen, was Desinfektion, was Maske angeht. Ich halte mich an alles. Ich möchte meine Mutter ja auch nicht in Gefahr bringen. Und wenn es nur mit einer Erkältung ist. Und wenn man sich doch so strikt an alles hält, verstehe ich das nicht, wenn ein Mensch so kurze Lebenszeit hat, dass es dann einfach so strikt verwehrt wird, die eigene Mutter zu sehen. Wir haben immer bei dem ersten Gespräch, Frau Bruns, hatte ich auch noch versucht, ein gewisses Verständnis für die Ärzte aufzubringen. Und habe gesagt, ich muss jetzt beide Seiten sehen. Aber je mehr sich die Situation verschlechtert und ich habe sie richtig verstanden, es war auch kein Arzt seit Montag bei ihrer Mutter. Und wir sind jetzt, es sind jetzt im Grunde genommen zwei, respektive drei Tage vergangen, dass niemand bei ihrer Mutter war. Und Sie wissen also über den aktuellen Stand, wissen Sie im Grunde genommen von dem behandelnden Arzt auch nichts? Nein, mein letzter Stand war es, da konnte meine Mutter noch telefonieren, dass der Arzt halt da war und ihr gesagt hat, dass sie nur noch Wochen hat und dass sie dann diese vier Tage Chemo machen soll, die sie jetzt auch gemacht hat. Die letzte hatte sie jetzt vorgestern. Und das ist mein letzter Stand. Ich weiß jetzt überhaupt nichts. Ich war gestern überrascht, dass der soziale Dienst mich angerufen hat und gesagt hat, wir müssen uns jetzt mit Kurzzeitpflege oder Hospiz kümmern. Weil ich bekomme sonst überhaupt gar keine Infos. Ich weiß gar nichts. Meine Mutter weiß nichts. Ich frage sie, wie geht es denn weiter? Und sie weiß es nicht. Wir stehen da. Ich weiß es nicht. Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation gerade. Ich kann es nachvollziehen und gehen Sie bitte davon aus, nicht nur Tausende, sondern Hunderttausende von Zuschauern, denen geht es genauso. Wir werden jetzt nochmal versuchen, das Krankenhaus zu erreichen, sehen uns aber auch jetzt in der Lage, die Öffentlichkeit weiter über das Verhalten des Krankenhauses, des Arztes zu informieren. Frau Brunz, ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie vielleicht noch ein Wort an die Zuschauer oder einen Appell. Wir würden das gerne, ich will sie nicht nötigen, aber wenn Sie das möchten, tun wir das gerne, um, ja, wie es den anderen geht. Denn ich stelle mir vor, das ist in Deutschland kein Einzelfall. Nein, also ich möchte allen Menschen vor allem viel Kraft wünschen, auch die in so einer Situation sind, die irgendwo krank und vielleicht sogar hilflos und alleine liegen. Ich möchte diesen Menschen viel Kraft wünschen und auch zeigen, dass sie nicht allein sind. Es gibt so viele Menschen, es geht jetzt nicht nur um mich oder meine Mutter, es gibt so viele Menschen, die in derselben Situation sind, die vielleicht am Sterbebett liegen oder immer Hospiz oder in Krankenhäusern, denen der Besuch verweigert wird. Und ich hoffe einfach, dass wir was erreichen können. Es geht so einfach nicht weiter. Es muss, trotz der Situation muss es menschlich bleiben. Ich stimme dem zu und ich darf im Nachtrag sagen, wenn es den Menschen gibt, wir sind für sie da. Wir unterhalten uns gerne, den Reden hilft und wir möchten es der Öffentlichkeit nahe bringen, wenn es dann gewollt ist. Und wenn die Menschen das möchten, können sie sich gerne an uns richten und wir sind dann, soweit es in unseren Möglichkeiten steht und die sind nicht gering, sind wir gerne dafür da zu sprechen und das auch der Öffentlichkeit mit der nötigen Sorgfalt und Richtigkeit dazu bringen, wie es einfach notwendig ist, um seriös zu bleiben. Frau Brunz, ich sage danke, dass Sie sich die Zeit für das Telefonat genommen haben und ich würde Sie bitten, halten Sie uns bitte auf den Laufenden. Wir sprechen dann weiter und wir versuchen, das Krankenhaus zu erreichen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, Herr Weber. Einen schönen Tag noch. Danke, ebenso. Danke. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir läuft es da eiskalt den Rücken runter, dieses Verhalten. Und liebe Zuschauer, wenn es Ihnen ähnlich geht, wenn Sie im Familienbereich, wenn Sie Menschen haben, denen es durch, ja, durch diese Situation, durch diese Beschränkung und wenn es dann zu unmenschlichen Handlungen kommt und die sind für uns unmenschlich, dann können Sie sich gerne an uns wenden unter kontakt.at.hallo-meinung.de. Wir sind für Sie da, wir kümmern uns darum, so weit es in unseren Möglichkeiten steht. Wir wollen auch nicht polemisieren, wir wollen auch niemand in Grund und Boden reden, wir wollen immer beide Seiten hören. Aber wenn das Krankenhaus sich nicht äußert, dann lässt es schon tief blicken. Ich sage danke, dass Sie uns in dieser Situation hier mit Frau Pielich und deren Tochter, dass Sie uns folgen. Ich bitte Sie, dieses Video zu teilen, den Kanal zu abonnieren. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir aufzeigen, wie es den Menschen in solchen Situationen geht. Denn das sehe ich leider Gottes weder in Zeitungen noch im Fernsehen, welche Schicksale durch diese Regelung dahinter stecken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Peter B.